Hallöchen, ich bin Rosalie, ich bin von einem Planeten zu euch gekommen, weil ich gehört habe, dass ihr gerade eine Schwererzeit durchmacht. Und ich wollte euch dazu geben, wie es leicht ist, die Schwererzeit durchzumachen. Auf meinem Planeten kann ich auch keine Leute umarmen. Weil ich dann Strahlung abgebe und wisst ihr, wie wir das machen? Wir machen einfach die Augen zu und denken ganz fest an die Menschen, die wir lieben. Und das klappt ganz gut auf meiner Erde. Wir machen Partys in Gedanken und Veranstaltungen, aber ich hoffe natürlich, dass die Phase um ist. Ich glaube ganz fest an euch genommen, was ich noch von der Paloma sagen soll, dass sie eine neue YouTube-Astab einstellen wird. Und ich freue mich schon auf die neuen Videos. Sie werden wieder bei meinem Action-Like. Tschüss. 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 Tschüss.